Was geht ab Leute, euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in diesem Video werde ich euch auf jeden Fall zeigen und zwar Freunde, die besten Bases für die Sturmschildverteidigung. Die könnt ihr auf jeden Fall in Steinwald und im Plankanten nutzen. Im Brutal wird es da schon ein bisschen schwerer mit dem Bauen, da muss man dann viel mit Fallen arbeiten. Aber ich hoffe, dass ich den einen oder anderen weiterhelfen kann. Ich habe gestern eine Umfrage auf Instagram gemacht gehabt und viele haben gesagt, ey Fraps, ich weiß nicht, wie man ein Sturmschild bauen soll. Und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch jetzt einmal, wie man ein Sturmschild baut und wie man am besten noch den Verteidiger verteidigt. Auf jeden Fall Freunde, könnt ihr mir schon mal vorab einen Daumen da lassen, vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und folgt mir gerne mal auf Instagram, fraps-yt heiße ich dort. Und jetzt würde ich aber auch schon sagen, starten wir mit dem Video. Let's go! Wie ich ja bereits sagte, zeige ich euch heute, wie ihr am besten euer Sturmschild und euren Verstärker bauen könnt. Und ihr könnt sehen, Freunde, ich war am Anfang nicht besser, denke ich mal, als ihr jetzt. Ich habe hier einfach willkürlich was gebaut, also diese Basen hier sind schon etwas her. Und mit der Zeit habe ich natürlich die Erfahrung gesammelt und natürlich den Skill gehabt, halt solche Basen zu bauen. Ihr seht, guck mal, hier sieht es aus, übel ekelhaft und übel hässlich. Und keine Ahnung, was es hier für Fallen sind, voll unnötig eigentlich. Guck mal, was ich hier alles so gebaut habe, Leute. Also ich war gar nicht besser als ihr oder so. Jeder hat als Noob angefangen und das entwickelt sich halt einfach mit der Zeit... Bro, warum ist hier ein Baum in der Luft, Alter? Naja, auf jeden Fall, ja, Freunde, das kommt einfach mit der Zeit so, wie man Basen bauen lernt und so weiter. Und deswegen möchte ich euch jetzt einfach mal das Beste vorstellen, was ich meiner Meinung nach natürlich sehr oft benutze und was mir halt auch gefällt. Natürlich muss es euch nicht gefallen. Ihr könnt auch natürlich selber etwas machen, beziehungsweise selber eine Base bauen, wie ihr möchtet. Aber ich hoffe mal, dass meine Tipps hier euch auf jeden Fall weiterhelfen werden. Gerne könnt ihr auch ein Abo dalassen, Freunde. Wäre auf jeden Fall richtig geil, denn wir sind kurz vor den 350.000 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall mega, mega nice. Ich würde aber sagen, Freunde, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Basen baue ich generell, also beziehungsweise ich würde es euch auch empfehlen, in Steinwald und in Plankarten nur mit Metall. Weil, Leute, Metall ist normalerweise in Steinwald und in Plankarten noch nicht so anfällig. Das heißt, es gibt da nicht so oft Missionen, wo halt, ich sag mal, Metall leidet, wenn die Zombies drauf schlagen. Und ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr halt solche Basen bauen möchtet, und nutzt immer einen Konstrukteur, weil, Leute, der verbraucht ein Material weniger. Könnt ihr auch gerade im Hintergrund sehen. Wie fangen wir denn das Sturmschild hier an? Und zwar, Leute, als allererstes bauen wir eine kleine Schutzschicht einfach dazu. Dazu benötigen wir einfach Metall, da bauen wir einfach so eine kleine Wand drumherum. So, hier rüber. Zack, zack. Dann nochmal hier drüben. So, sobald wir diese Schutzschicht hier gebaut haben, Leute, gehen wir am besten nochmal ganz kurz rein. Drinnen bauen wir dann jetzt die Decke. So, dazu bauen wir hier einmal drumherum. Ihr fragt euch jetzt sicherlich Half-Raps, das Sturmschild dabei ist auch noch nicht gut verteidigt. Keine Sorge, Freunde, dazu werden wir auch nochmal gleich kommen. So, das bearbeiten wir wieder mal zurück. Was in Steinwald immer ein bisschen belastend ist, was ich euch auch erwähnen muss, Freunde, ist einfach diese Seite hier. Diese Seite ist richtig belastend, deshalb machen wir hier mal einfach einen Boden. Für die Leute, die jetzt schon in Plank hatten und so weiter sind, achtet einfach nicht da drauf, weil, ich meine, ja, was soll man machen? Also, tut er einfach so, als ob diese Sache hier gar nicht existiert. Ist halt belastend, weil da halt dieser Eingang zur Heimatbasis ist. Aber ich denke mal, wir kriegen das trotzdem hin. So, ich benutze jetzt kurz mal Holz, um da hochzukommen. Hier oben, Freunde, ist ganz simpel. Und zwar packt ihr die Pyramide raus an der Ecke, wählt wieder Metall aus und bearbeitet es einfach genauso wie ich jetzt hier im Hintergrund. Dann platziert ihr das Ganze an alle vier Ecken. So, zack, hier nochmal. Dann hier nochmal. Und hier nochmal. So, wenn ihr damit fertig seid, nutzt am besten wieder die Pyramide, um eine glatte Fläche zu machen, weil ich finde die glatten Flächen viel besser als jetzt von der Treppe. Die Treppe gefällt mir nicht so bei Basebauen. Sieht immer komisch aus. So, wir platzieren das Ganze hier auch nochmal hin. Und ganz oben eine Plattform und nochmal eine ganz normale Pyramide. So, wir haben jetzt so eine komische Halbpyramide jetzt uns hier gebaut, Leute. Geht eigentlich meiner Meinung nach absolut fit. Ist jetzt nichts, wo man sagt, ist hässlich. Für Sturmschildverteidigung 1 bis 2 würde diese Base sogar vollkommen ausreichen. Ohne Fallen, ohne nichts, ohne Schnickschnack. Aber natürlich, Freunde, möchte ich euch hier natürlich auf die Endstufe bringen und euch die krasseste Base zeigen. Für die weitere krasse Base, Freunde, würde ich euch empfehlen, dass ihr die Flächen in dieser Form bearbeitet wie ich. Dazu platziert ihr jetzt einfach komplett rum und rum um euer Sturmschild diese Plattformen, also diesen Boden hier, der bearbeitet ist. Hier müssen wir jetzt halt wieder hingehen, müssen das Ganze wieder zurück bearbeiten. Wie gesagt, hier ist es ein bisschen blöd wegen der Heimatbasis. Aber ich hoffe mal, dass wir das trotzdem hinkriegen und dass ihr mir trotzdem folgen könnt. Warte mal, hier so, zack. So. Ja, also, let's go. Alles klar, und die Ecken, Leute, die sind ja noch offen. Die bearbeiten wir in diesem Stil, genauso wie hier im Hintergrund. Also einfach nur mit der komischen Ecke, so damit hier alles schön verschlossen ist, weil sonst würden die Zombies easy peasy reinkommen. Wiss ihr, und das möchten wir nicht, deswegen machen wir das Ganze genauso wie hier im Hintergrund. Natürlich, Freunde, müsst ihr halt immer ein bisschen Metall sammeln für diese ganzen Bases, aber ich meine, man baut halt nur ein einziges Mal eine Base. Jetzt geht ihr hin und bearbeitet diese Platten hier, beziehungsweise diese Wand, genauso wie ich, in diese kleine Platte, wenn man es so nennen mag. Und jetzt, Freunde, platziert ihr überall diese kleinen Platten. Denn das verhindert, dass wenn Zombies wirklich in eurer Base sind, dass sie sich auf mehrere Punkte erweitern können. Und dann können sie eventuell, ja, sag mal, sich verteilen und mehr Angriffsfläche generieren. So müssen sie halt jetzt sich halt für einen Weg entscheiden. Und ihr könnt das Ganze dann leichter bündeln und verteidigen. Deshalb würde ich euch empfehlen, packt einfach so ein paar Dinge, ja, so diese Platten, beziehungsweise diese Wände hier dazwischen. Damit beispielsweise, wenn ein Zombie das hier jetzt kaputt macht, dann kommt er hier rein, muss das oder das kaputt machen, macht das kaputt. Und dann kommt er erst hier hin und um weiterzugehen, muss er halt das hier kaputt machen. Wissen Sie, wie ich meine? Also das ist auf jeden Fall immer richtig geil. Jetzt, wenn ihr hier seid, Freunde, könnt ihr jetzt hingehen, ach ja, was ich auch noch erwähnen muss, was auch wichtig ist, wenn ihr natürlich möchtet, könnt ihr diese ganzen Sachen auch upgraden. Ich jetzt in dem Fall zeige euch das Ganze nur, aber ich würde euch empfehlen, upgradet immer alles auf eine Stufe hoch. Falls ihr die Upgrade-Funktion nicht habt, könnt ihr das ja später dann nachträglich machen, wenn ihr weiterhin gelevelt habt. Aber auf jeden Fall, Freunde, das Upgraden kann ich euch nur ans Herz legen. Upgradet mindestens eine Stufe nach oben. Jetzt, Freunde, bevor wir irgendwie hier weitermachen, würde ich euch jetzt empfehlen, dass ihr am besten Fallen produziert. Und zwar solltet ihr am besten hier diese Wand-Dynamos oder am besten Wand-Pfeilen produzieren. Ich würde euch aber da empfehlen, macht entweder Wand-Pfeile, Wand-Dynamos oder, ja, Wand-Stacheln sind uninteressant, also entweder Wand-Katapult, Wand-Pfeile oder Wand-Dynamos. Ich finde Wand-Dynamos am effektivsten. Deswegen, Freunde, werde ich euch das Ganze mit dem Wand-Dynamos zeigen, wie genau das Ganze für mich am besten aussieht und am besten funktioniert. So, wir platzieren, oh, ey, 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 was ist das? Warum kann ich das nicht platzieren? So, wir platzieren hier nochmal was, hier nochmal was, hier nochmal was. So, Fallen gibt es genug, Leute. Ihr dürft auch wirklich mit Fallen nie sparen beim Sturmschild. Ey, was ist das? So, jetzt. Also, ihr dürft mit dem Fallen niemals im Sturmschild sparen, Leute. Sturmschild macht ihr nur 10 Mal. Es gibt euch pro einmal 100 V-Bucks. Und wenn man das halt neu starten muss, ist es immer ein bisschen belastend. So, das Ding ist jetzt, Leute, genauso wie die Sturmschild halt aussieht, muss der Zombie hier durch. Dann wieder hier getasert. Während ihr die Wand kaputt macht, geht der normalerweise down. Jetzt würde ich euch empfehlen, packt einfach die Treppen raus. Und jetzt, Freunde, platziert ihr die Treppen innerseits hier rein. Denn, ich werde euch das gleich zeigen. Wir platzieren das Ganze einfach mal hier rein. Dann werdet ihr schon sehen. An die Ecken wieder nicht. Dann machen wir was anderes gleich wieder rein. So. Ihr seht schon, es ist auf jeden Fall eine aufwendige Base. Aber, Freunde, eine aufwendige Base hält halt auch dementsprechend länger. Und später in der Zukunft werdet ihr damit keine Probleme haben, weil das Sturmschild wird halt mit immer, 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 immer zuwachsender Erweiterung viel stärker. Und jetzt hier angelangt an den Ecken müsst ihr halt die Pyramide nehmen. Und dann wählt ihr diese drei Sachen aus, so, damit ihr diese Ecke hier habt und platziert diese noch einmal. So, zack, rein damit. So, hey, so, das auch noch hier rein. Das auch noch hier rein. So, jetzt haben wir hier so eine coole, ja, Schutzschicht, sag ich jetzt mal. Und am besten solltet ihr das Ganze noch mit Wänden hier zumachen. Aber bevor ihr das macht, Freunde, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr hier oben alles zupackt einfach. Und zwar müsst ihr dort einfach alles platzieren, so wie ich jetzt im Hintergrund, so, damit ihr das Ganze hier oben verdeckt. Und da würde ich euch einfach empfehlen, packt die Platten hin, Leute. Und darauf packt ihr dann auch Pyramiden. Also, ihr werdet gleich sehen. Ich bin jetzt hier fertig. Ich packe hier noch Pyramiden drauf. Damit, weil später, Freunde, kommen halt Hexen, diese Hexen werfen auf eure Base Sachen. Und so könnt ihr das Ganze ein bisschen beschützen, so, dass halt das Ganze ein bisschen mehr aushält. Denn erst müssen sie auf die Pyramiden werfen, dann auf die untere Plattform und erst dann sind sie durch. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall so eine Pyramiden-Base gemacht. Ihr seht schon selber im Mittwoch. Und da ist eine Pyramide, die XXL ist. Und hier haben wir mehrere kleine Pyramiden. Hier hin jetzt, Freunde, hier unten hin, würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, eine Wand zu platzieren. Denn ihr werdet gleich sehen, wie effektiv das doch eigentlich ist. Ich baue das Ganze hier mal ganz kurz ab. So, also, wir platzieren das Ganze nochmal hier hin. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit der Base, Freunde. Ich werde euch das gleich nochmal ganz kurz zeigen. So, zack, zack. Easy auf jeden Fall. Also, die Base bauen geht eigentlich super schnell. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ist die beste Base, Freunde. Könnt ihr gerne nachbauen. Würde ich euch auch sogar empfehlen. Es gibt keine bessere Sturmschädigung für mich im jetzigen Bereich, sage ich jetzt mal. Und das ist normalerweise mein Sturmschild. Ich zeige euch das Ganze. Es gibt natürlich noch weitere Verbesserungen. Wir gehen beispielsweise hier. Also, der Zombie macht diese Wand hier kaputt. Dann kommt er hier rein. Er attackiert diese Wände hier. Natürlich kann er jetzt hier so lang laufen und so lang. Hier, finde ich, lohnt sich nicht, wenn wir jetzt noch Platten reinmachen, weil die Platten haben wir hier drin, Freunde. Ihr könnt natürlich auch hingehen und könnt diese Platten, die hier drin sind, halt komplett erweitern. Das heißt, ihr könnt sie einfach zurücksetzen und habt eine komplette Platte. Aber das finde ich nicht so effektiv. Ich finde es lieber effektiv, wenn das Ganze halt, wie gesagt, nur unten ist, weil die Zombies kommen hier immer durch. Also, die ersten Wände gehen immer normalerweise kaputt. Und deswegen, damit sie halt nicht direkt die Wände links oder rechts attackieren, habe ich das halt so gemacht, dass das Ganze hier drin ist. Auf jeden Fall müssen sie dann hier diese Sache hier drin, also diese Wand hier, sage ich jetzt mal, kaputt machen. Wenn sie dann hier durch sind, müssen sie jetzt die Treppe hier kaputt machen. Wenn die Treppe kaputt sein sollte, kommen wir hier hin. Und hier, Freunde, muss dann halt diese Wand hier kaputt gemacht werden. Und wie ihr wisst, hier sind halt diese ganzen Fallen. Und währenddessen stirbt halt der Zombie durch die Fallen. Jetzt an der Stelle könnt ihr noch selber entscheiden, ob ihr das Ganze ein bisschen krasser gestalten wollt. Da könnt ihr dann halt hingehen, könnt an die ein oder anderen Stellen hier drin beispielsweise Decken-Elektrizitätsfelder hinpacken, also an alle zwei Locations beispielsweise, so wie ich hier mit der Runde. So, damit ihr halt eine kleine Verteidigung schafft, dass die Zombies reinkommen, dass sie direkt getoastet werden. Weil diese Decken-Elektrizitätsfelder, die gehen einmal bis hier hin und einmal bis hier hin. Insgesamt drei Kacheln ab dem Zeitpunkt, ne, eine Kacheln jeweils nach links, rechts, vorne, hinten und so weiter. Und ist auf jeden Fall sehr effektiv. Wie gesagt, die werden dann hier nochmal drin getoastet. Und wenn ihr jetzt in einer etwas schwierigeren Gegend seid, wie in Plankerten, dann kann ich euch auch nochmal ganz kurz empfehlen. Und zwar, wenn ihr in Plankerten seid, Freunde, baut noch einmal so eine Schutzschicht drumherum, um eure Verteidigung. Und was ihr nicht vergessen dürft, wenn ihr noch in Plankerten seid, also in Steinwald braucht ihr das nicht, wenn ihr in Plankerten seid, baut nochmal, genauso wie ich jetzt hier im Hintergrund, um eure Base solche Decken hin. Und auf diese Decken platziert ihr immer Decken-Elektrizitätsfelder. Und am besten immer eine Gasfalle dazwischen, genauso wie ich jetzt im Hintergrund. Das ist die effektivste Art und Weise, Fallen einzusetzen. Die Zombies kommen beispielsweise hier, werden hier getasert, werden dann nochmal von der Gasfalle erwischt und werden dann sozusagen einfach easy peasy sterben, weil sie sehr, sehr viel Schaden bekommen. Und für alle Leute, die dann halt jetzt diese oberen Plattform benutzen, hier müsst ihr dann auch wiederum Pyramiden platzieren, so damit halt die Hexen das Ganze nicht direkt kaputt machen. So wird auf jeden Fall meine Base aussehen, die ich euch empfehlen kann. Das ist die beste Verteidigungsart, die es gibt. Was ihr auch noch machen könnt, was auch sehr sparsam ist, Freunde, ihr könnt nämlich hingehen, könnt diese Plattform hier hin bauen. Genauso wie ich jetzt hier im Hintergrund. Und das ist einfach aus dem Grund, ihr habt einfach ein bisschen Zeit, dass die Zombies, sag ich jetzt mal, reinkommen in eure Basis. Ihr habt ein bisschen Zeit, eure Verteidigung zu planen. Warte, ich zeige euch das Ganze gleich mal, ich mache das Ganze hier mal fertig. So, wir sind hier fertig. Die Zombies kommen normalerweise von hier hinten. Wenn die halt hier hochlaufen, sehen die, oh, lecker, in der Base, die will ich essen. Die kommen hier hoch, wollen diese Wand kaputt machen, währenddessen schießt ihr die an. Sagen wir mal, die sind jetzt hier durch. Dann kommen sie hier hin, müssen diese Wand wieder kaputt machen, Leute. Dann seht ihr die wieder, können sie dann wieder attackieren. Und dann erst, wenn sie hier durch sind, dann können sie erst eure Base attackieren. So wird das Ganze auf jeden Fall aussehen, beziehungsweise so fällt das Ganze halt in dem Falle aus. Meiner Meinung nach, wie gesagt, die beste Base, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Es gibt noch viel krassere Bases mit hier oben, da unten, da bearbeiten. Aber vorne, ich bin ganz ehrlich, in Steinwald und in Plankarten braucht man das Ganze nicht. Ich würde aber jetzt sagen, wir switchen mal rüber zu den Verstärkern. Wie mache ich denn überhaupt die Verstärker, beziehungsweise wie verteidige ich die denn? Und zwar, Verstärker sind eigentlich immer simpel. Ich verteidige meine Verstärker immer gleich. Ich mache die nie anders. Und zwar platziere ich halt hier immer Wände drumherum, genauso wie ihr sie jetzt gesehen habt. Das mache ich halt überall, weil man kann ja nicht richtig platzieren. Hier, weil das so komisch aufgebaut ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich das jetzt hier so gemacht habe, Freunde, sieht das halt so wie hier im Hintergrund aus. Ich zeige euch das Ganze mal jetzt ganz kurz von oben. So, zack, Metall wieder auswählen hier. Kurz die Treppe zurückdrehen. So, dann sieht das auf jeden Fall genauso wie im Hintergrund aus. Hier gehe ich dann hin, platziere dann hier überall Boden hin. Können wir auch selber im Hintergrund sehen. Dann haben wir noch mal dieses Teil hier. Da platziere ich, ja gut, ich habe jetzt kein Metall. Leute, chill, ich hole kurz Metall ab. So, Freunde, Metall ist auf jeden Fall wieder am Start. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das halt hier oben baue. Hier platziere ich dann einfach easy peasy vier Wände hin. Ganz normal, also richtig schlicht. Dann gehe ich halt hier wieder nach oben, platziere einen Boden, platziere wieder eine Pyramide. Hier mache ich das Ganze dann mal ganz kurz kaputt, damit ich euch das weiterhin zeigen kann. Und zwar, komm, weiter geht's, mach das kaputt hier, hey. Also, hier, Freunde, mache ich das Ganze dann so. Und zwar ist es immer ein bisschen schwer, das Ganze hier zu verteidigen, weil oftmals hier Hexen sind. Deshalb nehme ich eine Pyramide, mache die glatt, genauso wie im Hintergrund, und platziere an alle vier Seiten diese Plattform hier. So, ich zeige euch dann, wie das gleich aussehen wird. So, zack, platziert. Easy. Ihr seht, sieht wieder aus wie so eine Halbpyramide. An die Ecken mache ich wieder wie folgt, diese Sache, oh, eine Sekunde, das habe ich jetzt falsch bearbeitet. So, und zwar, wenn ihr Pyramide habt, müsst ihr das eine hier einfach anwählen. Dann platziere ich das Ganze hier nochmal. So, zack, hier ist auch richtig platziert, da ist richtig platziert, da ist richtig platziert. So, weil wir das jetzt hier so platziert haben, Freunde, sieht es halt genauso aus wie im Hintergrund. Hier, wo die Lücken sind, platziere ich dann noch die Wände hin, damit das Ganze hier unten verschlossen ist. So, hier können wir mal die Treppe wieder abmachen, weil die werden wir nicht mehr benötigen. So, let's go. Alles klar, hier nochmal die Wand ganz kurz hin platzieren. so, jetzt, Freunde, sieht die Base genau wie im Hintergrund aus. Das ist aber noch nicht fertig. Und zwar macht ihr jetzt einfach bei der Wand das obere einfache weg, dann habt ihr so eine Wand. Bei dem platziert ihr dann nochmal hier so die ganzen Sachen hin, zack, zack, also überall einfach so, dass wir ein kleines Vierk haben. Zack, zack, und zack. So, jetzt, Leute, würde ich euch empfehlen, hier drinnen macht ihr nochmal einen Boden hin. Hier platziert ihr einfach auf dem Boden beispielsweise so einen Bodengriller und oben auf die Decke macht ihr wieder eine Gasfalle oder ein Elektrizitätsfeld. Hier an die Wände kann ich euch einmal Pfeile empfehlen und einmal halt so Wandlichter sind effektiv oder Wandkatapult, weil zweimal Sachen, die Schaden machen, bringt nicht viel. Das ist dafür da, wenn die Zombies hier sind, werden die umgeboxt, sind Knockout, können sich dann für 0,8, äh, für 8 Sekunden, nee, nicht für 8 Sekunden, für 0,8 Sekunden liegen die auf Boden, müssen sich neu finden. Währenddessen klärt aber euer Ding Decken, Elektrizitätsfeld, die Gegner und die sterben halt dadurch und natürlich werden die auch noch gegrillt. So kann ich euch das an jeder Seite empfehlen. Hier bei diesen, ähm, Seiten hier, wo halt zwei hoch sind, platziert ihr dann am besten Wanddynamos und ich werde euch das Ganze jetzt hier nur an einer Ecke zeigen, weil das sonst zu viel wird. Und dann nochmal, Freunde, als grünender Abschluss platziert ihr hier genau diese Plattform hin, so wie ich sie euch gezeigt habe. Eine Sekunde. Jetzt machen wir nochmal schön hier. Mensch. So, Freunde, so sieht dann aber auf jeden Fall die Base aus, wenn es zu Ende ist. Hier platziere ich nicht weiter. Also ihr könnt ja auch noch, wenn es ein bisschen schwieriger wird, wie gesagt, diese Treppen hierhin platzieren, aber ich finde die jetzt in diesem Fall ein bisschen unnötig. Ich habe das Ganze jetzt so gemacht, mache ich auch in Zukunft jetzt so, immer in Brutale und so weiter, baue ich meine Verstärker so ein, vielleicht ein bisschen verändert, aber im Großen und Ganzen sehen die eigentlich immer so aus. Das heißt, die Zombies müssen hier einmal durch, dann sind sie hier. Oftmals gehen die Zombies dann hierhin, attackieren diese Sachen, sind dann halt hier drüben und werden dann halt, wie gesagt, anhand dieses Beispiels hier mit den Fallen, die werden hier nochmal getasert, die machen das Ganze kaputt, kommen hier rein, werden erstmal vom Wandkatapult umgehauen, werden währenddessen getoastet, werden von den Wandpfeilen nochmal attackiert und bekommen richtig guten Schaden und es ist halt schwer, hier durchzukommen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine mega gute Base, klar, jetzt wenn man das Ganze hier aufmacht, ist man direkt drin, aber so weit wird es nicht kommen, ihr könnt natürlich auch gerne hier beispielsweise an diese Position, ich muss das Ganze kurz mal zurückbearbeiten, beispielsweise hier an die Position, wo man halt direkt reingehen kann, hier mit einmal Wand kaputt machen, könnt ihr natürlich hier auch gerne Elektrizitätsfelder rein platzieren, genauso wie ich im Hintergrund, sodass das Ganze ein bisschen entspannter ist, aber überall wo ihr halt Fallen platziert, platziert oben nochmal am besten Pyramiden hin, weil Freunde, ihr wisst es ja selber, manchmal kommen halt Hacks und machen Faxen und zerstören eure Base. So sehen auf jeden Fall meine zwei Bases aus, die ich euch nur empfehlen kann, Freunde, ich hoffe an sich, dass euch das Video hier gefallen hat und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und gerne könnt ihr mal eure Meinung zu der Base unten in die Kommentare reinschreiben, diese Base ist ganz schlicht, diese Base ist ein bisschen krasser und effektiver, weil hier wird natürlich ein bisschen mehr Material verwendet, aber Freunde, es ist wichtig meiner Meinung nach, weil der Sturmschnitt muss halt einfach richtig gut bearbeitet werden und deshalb hoffe ich einfach, dass das Ganze so gut funktioniert hat, und hoffe, dass die Base auch euch gefallen hat, ich kann auch mal gerne extra Bases für Brutale und so weiter machen oder extra für Plankarten, aber wie gesagt, diese Bases, die ich euch gezeigt habe, reichen für Plankarten und für Steinwald, Leute, bei Brutale sieht es ein bisschen anders aus, da braucht man auf jeden Fall krassere Verstärkungen, aber an sich hoffe ich, dass euch das Ganze hier gefallen hat und dann würde ich aber auch schon sagen, haut rein, Freunde, lasst mir gerne mal einen Daumen da, vergesst auch, wenn ich dieses Video nicht zu teilen und ich würde sagen, haut rein, geht mit Flow, ciao! Bis zum nächsten Mal!